Hast du schon mal mit jemandem Sex gehabt, dessen Namen du vergessen hast? Ja, ich weiß den Namen nicht. Hast du schon mal einen Dreier gehabt? Dreier noch nie. Hast du schon mal deine Eltern beim Sex gehört? Nein, noch nie. Hast du schon mal in der Öffentlichkeit Sex gehabt? Öffentlich auch nicht, das ist in der öffentlichen Toilette gewesen. Hast du schon mal Telefonsex gehabt? Nein, noch nie. Hast du schon mal eine Lehrerin heiß gefunden? Ich habe leider nur so alte Damen nicht gehabt.